Hallo, ich bin Tommi Strohth, ab der nächsten Saison Trainer der VfL-Frauen. Wenn Ralf anruft, dann geht es häufig um Testspiele oder um andere Dinge. Von daher rief er jetzt auch an, eben mit einer Terminanfrage, ob wir uns nicht mal zusammensetzen wollten. Und das war genau zu der Zeit, wo eigentlich bekannt war, dass Stefan eben nicht weitermachen wird. Von daher war kurz die Frage, um was geht es in diesem Gespräch. Das Gespräch lief von beiden Seiten aus sehr, sehr positiv, sehr, sehr offen auch. Von daher sind wir, denke ich, beide sehr, sehr glücklich, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten. Ab nächstem Jahr bin ich dann Trainer beim VfL. So lange habe ich hier auch genug Leute beim VfL, die Dinge vorbereiten, die Dinge abarbeiten, sodass wir da die richtigen Entscheidungen treffen können. Also eine Umstellung ist definitiv notwendig, von der Ansprache, aber auch vom Training her. Es gibt einfach andere Möglichkeiten, natürlich auch von der Altersklasse mit diesen Mädels umzugehen, wie das, was ich in Enstede gewohnt bin. Was aber auch logisch ist. Das Umfeld ist ein anderes, die Möglichkeiten sind andere. Dementsprechend ist eine Umstellung auch ganz, ganz normal. Die Professionalisierung findet definitiv statt, auch in der Frauenbundesliga. Und auch mit dem dritten Champions-League-Platz wird es enorm interessant zu sehen, wie der Frauenfußballer in Deutschland einfach nochmal einen Boost bekommt. Von daher bin ich extrem neugierig. Ich weiß aber auch, dass es dementsprechend hier beim VfL nicht einfacher wird, die Ziele, die in den letzten Jahren so geholt worden sind, auch weiter zu verwirklichen. Aber das ist die Aufgabe. Also für mich ist mit dem Anruf vom Ralf es mehr ein Staffelstab, der übergeben wird. Auch keine verrückten Dinge jetzt zu rufen, dass wir jedes Jahr drei Titel holen. Das wird es so wahrscheinlich nicht geben. Aber im selben Moment ist das meine Ambition. Und wir haben auch beim kleinen FC Twente im Endeffekt sehr, sehr häufig große Ambitionen ausgesprochen. Einfach, weil wir selber danach leben wollten. Und das ist hier beim VfL ähnlich. Wir wollen um Titel spielen. Wir wollen uns auch nicht kleiner machen, wie wir sind. Hier gibt es wahnsinnige Möglichkeiten. Und die wollen wir maximal ausschöpfen.